Ich wollte mich bedanken bei all meinen Abonnenten, bei all meinen Zuschauern dafür, dass er meinen Kanal so richtig hammergeil bedingt. Mein Kanal ist jetzt ungefähr 4-5 Monate alt und seit 4 Wochen ungefähr richtig aktiv. Davor war er im Schlafmodus. Und in diesen 4 Wochen, allein in den letzten 2 Wochen, über 700 Abonnenten, eine halbe Million Zuschauerzahlen, das ist Hammer. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so durchschlägt. Deswegen wollte ich mich bei euch herzlich bedanken, denn ihr hilft mir gerade auf dem besten Weg, aktiv für die Zukunft YouTuber zu werden, damit ich diese Zeit, die ich zukünftig für den Arbeitgeber verschwenden würde, besser verteilen kann und mein Kind fürsorglich und liebevoll erziehen zu können und trotzdem arbeiten zu können. Danke nochmal dafür und wenn ihr Wunschthemen habt, die ich veröffentlichen soll, wenn ich irgendwas recherchieren soll, was ihr gerne wissen wollt, dann recherchiere ich, nur dafür müsst ihr mir auch schreiben. Denn hell sehen kann ich aber nicht. Also nochmal Dankeschön. Ich werde weitermachen. Ich werde immer so weit wie möglich den Kanal aktuell laufen lassen und wenn ihr Ideen habt und wenn ihr Wunschthemen habt, die ihr sehen wollt, dann schreibt mir einfach und ich versuche das auch umzusetzen. Danke, danke, danke. Danke.